Abonnieren, fort bald, auf Glast, auf Glast, und like da, da. Können wir aber ganz schnell mal abbrechen, ja? Was? Moin, oh, 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 oh. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, was ist denn los, Mann? So, ich möchte es mal hier, ich möchte es mal festen anlegen. Achso, ja, okay. Wir haben mal gesagt, wie gesagt, kein Problem damit. Achso, sie hauen hier einfach hier ein Dings ein. Hä, wir haben noch zu ihnen gesagt, dass wir ein Selfie machen, der. Ey, bleiben Sie jetzt mal stehen. Ja, okay, alles gut. Alles entspannt. Hilfe. Hände hoch, halt, nehmen Sie die Hände hoch. Digga, ich dachte, der landet. Ich, ach, Digga, ich dachte, da steigt jetzt einer aus. Ja, okay, ist auch passiert, aber wir müssen später. Ja, warum schießt ihr aber auf mich, ihr Idioten, ihr Scheißidioten? Warum schießt ihr auf mich, ihr Idioten, ihr Frösche? Ich habe auch schwer in den Eingriff gemacht. Ich kann eh nix machen. Ich habe auch schwer in den Eingriff gemacht jetzt gerade, ne? Oh, Sonne-Trill. Hat sich erledigt. Dem Fahrer könnt ihr eigentlich direkt, dem Fahrer können wir schwer in den Eingriff geben. Der ist hier gerade runtergesprungen mit der Batik. Ich lag im K.H. in Sandy und ab da haben sie mir ja quasi jetzt gesagt, was passiert ist und was los ist. Was habe ich denn? Was ist denn bei in Ordnung? Ich habe gerade YouTube-Videos aufentspannt. Alles gut bei dir, Cookie? Ja, Cookie? Achso, ich bin Funk. Scheiße, ey. Was ruckst du? Ja? Du? Äh, äh, vorm Krankenhaus 1. Ah! Und meine Puffmama. Ja, nicht aus, Digger. Noch einer da, noch einer da. Und dann hier noch zwei. Ey, am Strand sind sie, am Strand sind sie, am Strand sind sie hier, am Strand sind sie hier noch. Ich habe full effect, ich habe full effect. Komm, wir haben deck-reffekt, wir haben Ausdick-reffekt, wir haben Ausdick-reffekt. Einer liegt, einer liegt. Komm, weiter, 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 weiter. Nächster ist gleich da uns. Da zieht einer da aus. Noch einer tot, noch einer tot. Ey, helft sie, helft sie. Ich habe vorne die Hunde, ich habe vorne die Hunde. Komm, 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 fix den. Ihr müsst den aufessen jetzt, bevor der mich holt, bevor der mich holt. Jungs! Der kippt nicht! Der ist down, der ist down, am Strand noch, am Strand noch, am Strand noch, am Strand noch! Komm, komm, ist die auf jetzt, ist die auf jetzt! Komm, komm, weiter weiter weiter! Noch einer, noch einer, komm! Komm, der ist weg outdown, der ist weg outdown! Komm, wir haben was! Ey, weiter, weiter, es sind noch zwei, es sind noch zwei! Da ist noch eine Mulle am See noch unten! Zwei noch, zwei da unten! Komm, weiter, 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 weiter! Hab ihn! Ich war doch nicht einmal Meizler. Also, ihr hattet das, glaub ich, mindestens dreimal, wo die da oben bei euch waren, wo Panzer vor denen standen, wo Heidwas über denen waren. Ja, aber das mit dem... Herr Blommer, nageln Sie schon mal Ihre Crackfenster zu! Ich schlag sie tot mit DHL-Paketen! Sieh Dreck sauf! Oh, unser Großteil wird's voll! Dings im Gesicht, aber große Klappe! Da müsst ihr aber aussteigen! Wie gesagt, es war nicht meine Absicht! Wirklich! Es war nicht meine Absicht! Wirklich! Das möchte ich noch mal betonen! Ja! So, jetzt aussteigen! Aussteigen! Steig aus! Au, au, au! Steig doch aus! Hey! Hallo! Ja, wie denn? Steig aus! 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 Einfach aussteigen, ja! Ja! So! Nein, ist schon mal raus! Du auch! Das ist mir zu hoch! Du dummer Voller! Steig jetzt aus! Steig doch aus! Ja! Dann lassen Sie doch! Ja! Junge! Wir haben deine Mutter! Steig aus! Dann kann ich das nicht ablassen! Wenn ich jetzt aussteige... Steig doch aus! Dein Kumpel... Steig einfach aus! Ey! Lass! Steig doch aus! Oh mein Gott, ey! Die ist losgefahren! Die ist einfach losgefahren! Oh, nee! Ich glaube, das ist eine andere Dings! Ich habe in diesem Buch gelesen, das ist eine andere Meta-Ebene! Ah, umgekehrte Psychologie, ja? Ich glaube, das nennt man umgekehrte Psychologie! Hast... Hast du eigentlich mein Bild? Oh mein... Ich glaube, bei euch klingelt's! Bei euch klingelt's! Geh mal gucken, wer an der Tür ist! Oh... Gescheht denn irgendwo definiert? Das ist das Problem! Ja, aber wenn wir spontan knallen und du bist nicht... Was? Verstand mit! Geil! Geil! Ach, gar nichts! War ganz entspannt! Ne, der ist nicht am Flüstern, Diggah! Ich glaub' der hat Angst zu sein... Ne, 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 da hinten! Der, der gelbe! Hier mit den gelben Reifen, Diggah! Echt? Einfach hier, den mit dem gelben Reifen! Der T20, hier, Diggah! Dick damit! Fitt ihr den aus dem Leben? Hast du Waffe? Ich habe keine! Da was los, Diggah! Wanne direkt auf Body, Wanne direkt auf Body! Scheiß auf Reifen, die sind eh alle platt! Ich bin, ich bin was Putscht, bitte, ich bin wahrscheinlich gefehlt. Ey, was kleine Zivis mit solch über deine... Hahaha! Kriegt, kriegt, kriegt. Oh, ich war geschossen. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ah, die haben alle Massen. Rein da einfach, rein da. Auf dem Dach einmal. Ist das genau dort? Auf dem Dach ist da, auf dem Dach ist da. Ey komm, agiert zusammen, bleib zusammen, agiert zusammen. Ist der weiß im Zivilen? Ey links, 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 links. Und das muss man sehen muss. Steck wieder ein, steck wieder ein. Noch da. Die holen die, holen die, holen die, komm, holen die, holen die. Hä? Die Wand, Digga. Digga! Hä? Hä? Noch Leute? Hallo? Ja, 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 ich bin hier auf dem Dach, ich bin hier auf dem Dach. Gebt mal weiter, Calls bitte. Oh scheiße, ich bin gewickt, ich bin gewickt. Ja. Bye,com aller. Bye. Tschüss. See you. Bye. Bis zum nächsten Mal.